Die Zeit ist für die Kunst und für die Musik auch ganz speziell ein sehr, sehr entscheidender Faktor. Ich glaube, dass Zeit und unsere Gesellschaft immer mehr etwas Negatives wird. Für mich ist Zeit allerdings etwas sehr, sehr Positives, weil nur dadurch, dass wir Zeit für Dinge haben, dass Zeit verstreicht, dass wir die Möglichkeit haben und als Menschen, als Personen, als Charakter zu entwickeln, das alles braucht Zeit, aber das alles macht auch das Leben lebenswert und interessant und spannend. Und das Schöne an der Clock2 ist, dass sie das Zeitgefühl anders definiert, sondern es hat etwas mit Ruhe zu tun, es hat etwas mit Ästhetik zu tun, es hat etwas mit Genießen zu tun. Und das ist etwas, was ich an der Clock2 sehr, sehr schön finde und deshalb ich die Clock2 auch sehr, sehr gerne mag. Musik Untertitelung des ZDF, 2020